Ach, Gottesdienst zuhause, unser Sofa ist hammerschön, da kann man auch mal richtig genießen und keiner sieht einen. Nee, Christian, so doch nicht. So macht man das. Der Papst ist auch dabei. Wenn schon Gottesdienst im Fernsehen, dann auch mit Atmosphäre. Schau mal, bei Ikea haben sie auch wieder schöne Sachen. Jetzt müssen wir auch mal wieder hinfahren, hierfür so Duschhaken, gucken. Wenn ihr einen Gottesdienst zur Hand habt, nehmt doch lieber dies als den Ikea-Katalog. Und schön mitsingen ist ausdrücklich erlaubt. Der Herr sei mit euch. Prost! Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Antworten können sie, könnt ihr auch vor dem Fernseher. Und ihr könnt natürlich auch gerne die Kommentarfunktion unter dem Livestream nutzen. Einfach mittippen. Das ist aber auch kompliziert, zu Hause Gottesdienst zu feiern, Judith. Tja, im Moment aber nicht anders möglich. Und deswegen, feiert doch einfach mit. So wie ihr könnt, so wie ihr wollt. Laut und kräftig. commitment ganz buraya. Ältere Hallo. Es ist ja ein grâce. Jetzt können wir viel, missionäre. haut und kräftig. Es ist ja schön.